Beim Sprint geht es darum, dass man in möglichst schneller Zeit eine bestimmte Strecke zurücklegt. Die Weiten variieren von 50 bis 400 Meter. Der Start beginnt aus einem Startblock, um einen möglichst schnellen Anfang zu erreichen. Das Ziel beim Laufen ist es, sich mit jedem Schritt abzudrücken, um möglichst schnell das Ziel zu erreichen. Die Wettkämpfe werden meist von regionalen Verbänden organisiert. Wenn du Interesse hast, kannst du einfach nach Vereinen in deiner Nähe suchen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017